Ein Genrebild ist die gemalte Abbildung einer Alltagsszene, zum Beispiel Menschengruppen, Szenen und Handlungen als Schilderung von Lebensformen eines Volkes und seiner landschaftlichen Umgebung. Bisweilen ist der Übergang zur Landschaftsmalerei fließend, insbesondere in der Epoche der Romantik. In Spanien und Lateinamerika wird die Genremalerei des 19. Jahrhunderts auch als Kostümbrismo bezeichnet. Geschichte Vorläufer dieser Malerei waren insbesondere die genrehaften Szenen der Monatsbilder. Vor allem in den flämischen Stundenbüchern des 15. Jahrhunderts aber auch alte Meister wie beispielsweise Peter und Jan Brügel d. E. sowie Lukas von Leiden schufen schon im 16. Jahrhundert Gemälde mit den typischen Bauern- und Familienszenen. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Darstellung von drastischen Negativbeispielen menschlicher Verhaltensweisen wie Trunksucht, Streit oder Kuppelei. Ihren Höhepunkt erlebte die Genremalerei nach einem entscheidenden Wandel hin zur Reflexion der Wertvorstellungen gehobenerer Bevölkerungsschichten. In der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Die moralischen Appelle offenbaren sich dem Betrachter seither nur noch über einen versteckten Sinn. Zu dieser Zeit entstanden auch die Genrebilder von Jan Vermeer. Inhaltliche Deutung Frühere Untersuchungsansätze interpretierten die Darstellungen des sogenannten Gauden-EEU wie oft als Momentaufnahmen des Alltags. Dehnen sie den Wert eines kulturhistorischen Zeugnisses beim Haßen. Seit den 1970er Jahren gelang es jedoch zunehmend auch den ikonografischen Kontext zu entschlüsseln. Dabei wurde deutlich, dass die Genrebilder zwar beispielhaft eine alltägliche Szene wiedergeben, hinter der sich jedoch fast immer eine tiefere Aussage verbirgt. Demnach sind sie im Sinne der populären Bildsprache des Barock in der Regel als Allegorien, teils mit komplexen mehrdeutigen Aussagen aufzufassen. Viele vermeintliche Alltagsszenen haben ihre Grundlage eher in populären komischen Theaterstücken oder Sprichwörtern und sind damit häufig, wenn nicht sogar immer erzählenden Charakters. Ein italienischer Genremaler, der Neapolitaner Gaspare Traversi, schuf seine Bilder beispielsweise parallel zur Entwicklung und Blütezeit der Opera bar für Napolitaner um die Mitte des 18. Jahrhunderts, bei der das Alltagsleben des niederen sozialen Milieus durch entlarvende Situationen der Lächerlichkeit preisgegeben wurde. Dadurch wurde eine moralische Botschaft an das Publikum entsandt. Die meisten Genrebilder haben ebenfalls eine didaktische Relevanz, weil sie einen stark moralischen Gehalt aufweisen. Die Darstellung negativer Verhaltensweisen sollte dabei abschrecken und zu besserem Verhalten animieren und positive Beispiele sollten dem Betrachter einen Anreiz zum Nachahmen geben. Natürlich kann den Bildern auch der visuell unterhaltende Wert nicht abgesprochen werden. Aufgrund der den Bildern inhärenten lehrhaft moralisierenden Deutungsansätze waren ihre Besitzer in der Lage, damit ihren kulturellen Hintergrund zu betonen. Die Auftraggeber für diese Art von Kunst kamen daher ausschließlich aus dem bürgerlich-weltlichen Milieu. Sozialer Realismus In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebt das Genrebild als soziales Tendenzbild erneut auf, insbesondere durch die Düsseldorfer Malerschule. Gerade auch im Zusammenhang mit einer stärkeren Hinwendung zum Realismus, so etwa bei Johann Peter Hasen Clever. Nach 1848 vertraten in Deutschland Künstler wie Ludwig Knaus, Benjamin Woutier oder Franz von Defregge eine Genre-Malerei, die der damaligen literarischen Strömung des bürgerlichen Realismus verwandt war. Die Genre-Malerei jener Jahrzehnte ist als Wegbereiter der modernen Kunstrichtungen wie des Impressionismus anzusehen. Eine rasch wachsende Zahl von kunstinteressierten Käuferschichten, vor allem aus bürgerlichen Haushalten. Er füllte sich den Wunsch nach dem eigenen Kunstwerk an der Wand. Besonders das im Zuge der zunehmenden Reisetätigkeit in Mode gekommene bäuerliche Landleben fand, dargestellt auf mittelgroßen Formaten. Auch in den USA reißenden Absatz. In Kunstmetropolen wie Berlin, Düsseldorf und München versammelten sich Kunstmaler in großer Zahl aus ganz Europa, um mit der Genre-Malerei ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Zu den bekanntesten Genre-Malern, deren Werke auch in Monatszeitschriften Verbreitung fanden, gehörten Vertreter der Münchner Schule wie Franz Defregger, Rudolf EPP, Nikolaus Güses, Hermann von Kaulbach. Untertitelung der ZDF, 2020